So, hier sind wir wieder zurück im Eurotaximulator 2 mit einem Scania und einen Danone Aufleger, Joghurt und zwar von Seaview nach Seget, wenn man alles täuscht, aber, na, lass schauen, ich habe das ein bisschen verändert, ich wollte nicht hier so rumfahren, ich wollte jetzt einfach mal außerdem über Balkans quasi hier fahren, oder, das müsst ihr hier dazugehören, das ist, was ist denn das, Rumänien dann noch, ja, da kommen wir nicht nach Balkans rein, aber auf jeden Fall, die Strecke ist immer noch nicht gefahren, da wollte ich mal fahren, einfach mal zuschauen und dann müssen wir mal, vielleicht kommen wir hier unter, aber ich habe keine richtige Fracht gefunden für hier, das war echt schade, da Richtung Zagreb, Ljubljana ja, deswegen fahren wir jetzt hier mal unter rum, da waren wir jetzt auch noch nie, und schauen uns das einfach mal an so, Motoren an Gremse los, und ab geht's Gremse los, Joghurt So, mal sehen, ob die da vorne noch rauskommt hier. Ah, er schafft es, cool. Er schafft es nicht. Ok, die Pfeife wieder ganz schön rein. So. Na komm, die Joghurt sind noch nicht so schwer, jetzt zieh mal. So, und dann lassen wir es mal fetzen hier. So. 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 Spezial ausfahren wieder. schön langsam schon wieder viel zu schnell mal wieder Kreisverkehr ok, der Held, ist aber nett wo ist man denn hier rüber oh, da bin ich wahrscheinlich schon wieder Baustelle ja, da sind wir glaube ich schon mal durch also irgendwie kommt mir das bekannt vor ja, ich glaube das war das Stück wo wir nach Bukarest sind ja, genau na komm, jetzt pfeift mal hier durch dann stellt er die Ampel wieder rum, bis wir da sind ja, war ja klar ne, du fährst jetzt los hier der Aldi-Genre-Wex, gut und 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 Ja, das war das, wo das Wasser ist, da waren wir schon mal unterwegs. Das macht Kukarest, genau. Wie schon wieder Ampel? Na klar, wie spinne du. Das ist aber kein Game. Wir haben einen ganzen Zeitplan durcheinander. Das war's. Das war's. Okay, genau. Na Koma de Umso Was macht er denn auch? Ach, glaubst du das? Ach, glaubst du. Wieso hat er da rechts runter, zeigt Kriowa? Das ist doch das, wo ich nachwolle, oder? Ja, genau. Okay, dann lassen wir das mal gut sein. Wie ist das, wo ich nachwolle? Ich mach es am Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sieht doch schick aus hier. Ah, da haben wir ja die Tankstelle, da fahren wir schon rein. Gut, tanken müssen wir nicht, ne? Ach komm, da können wir gleich was holen. Oh, geht schon einiges rein. So, noch schnell einen Kaffee holen. Okay. 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 Okay.